So Tenno, willkommen zurück zu Warframe. Heute wollen wir mal Karls Mission mit einem neuen Ziel angehen. Wir haben ihn neu ausgerüstet. Da sehen wir schon, überall sind jetzt Strukturen möglich. Neue Beinschienen. Genau, ohne zu sterben. Und unter 15 Minuten habe ich schon mal abgeschlossen. Und jetzt wollen wir den Rest machen. Let the dogs out, äh, the tracks out. Mal gucken, wo ich das mache. Klopferteile für Chipperblindern. Und hier, besiege Sprag. Dessen Schlagstock müssten wir ja rein theoretisch kaufen können. Er ist aber noch nicht da zum Kauf. Okay, let's go. Okay. alles gut. Okay. Let's go. Oh, okay. Yeah, come. Wow, super fbert and you don't need to. This was a bad idea, was it? Can you repeat? You said, come. I etwas- know, was it? Oh, super, I did. Okay, hier kann ich niemanden befreien. Komm schon! Sneaky, sneaky! BAM! Ha! Okay, jetzt nach oben. New Target. Hm, ich sehe nicht das Kontrollsystem. Aber es ist ein Schockminder. Es könnte genug Wasser haben, um das Gate zu verhindern. Vielleicht kann einer von deinen Brüdern armieren. Zeit für die Revenge, Bruder. Ähm. Ja? 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 Ja jetzt kann ich die Schilder abschießen. Oh, da, 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 da. Ah, schon wieder. Also die Schilde kann ich nur zerstören, wenn die Schockmine Also muss sie, ja Nutze Schleierschnitter Ja, 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 ja Okay Okay Huh, Reneer? Maggots Das war's schon Okay Ja So 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 Less This all over Soon Kommt auf meine Seite Time to fight We go Oh, no 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 Ja, diesmal ist der Klopfer nicht hier Jetzt aber. Los geht's! Komm zu mir! Drax! Stürmen! Das läuft doch. So, ich muss gleich mal schauen, was ich noch alles hier am Käfig. Achso, euch habe ich alles schon? Okay. Ja, hier wird ja jetzt kein Draak-Käfig mehr sein. Und was ich noch machen muss. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Einmal Draak freilassen. Abgeschlossen. Und Klopferteile plündern. Na gut, wo der Klopfer jetzt liegt. Ja. 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 Was ist das? dead i'm sure they're all dead call look at this place brother take point not really can we hurry this along ja jetzt noch klopper besiegen zum uns die waffe oh ja warm thumper chipper want loco motor core that behind our i am learning so much from you not 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 that's for you no good here there has to be something we can do it just a machine there are multiple ramparts near your location i suggest you you call hurt it bad now call finish job call make mess weiter 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 Feuer! Feuer! Jetzt hängt er da. Ja, ja. Neat cover! Move out! That Grandeur! Mercy. Meine Chance. Ja. Simpel, aber wahr. Jetzt wollen wir kurz nachschauen. Bapp, 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 bapp. Alles abgeschlossen, sehr schön. All aboard. Keep your heads and biceps inside the windows. So schnell kann es gehen. 60 verdient. Dich brauche ich noch. Da muss ich drauf sparen. Oder ich hole mir erstmal noch. So, eigentlich bin ich ja hier auf Crit Nahkampf gegangen. Da Wukong ja mit seiner Spezialfähigkeit eine Nahkampfwaffe hat. Vielleicht aber eine generelle Fähigkeiten stärker. Begünstigt die Heilung von Wolke. Begünstigt alles eigentlich. Ja, Leute. Das soll's... ...erst mal gewesen sein. Jetzt haben wir schon vier. Ja, und mal gucken, wenn bald die neuen Inhalte rauskommen, werde ich ja auch da spielen und Videos rausbringen. Wir sehen uns dann bei dieser Folge. Bis dahin und ciao.